Mobilität ist das Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Sie ist Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe und wirtschaftliches Wachstum. Sie sollte sich aber auch den sich verändernden Ansprüchen unserer Gesellschaft anpassen, kostengünstig, sicher und effizient sein. Dennoch wollen wir aber auch immer schneller ans Ziel kommen. Eine mögliche Lösung könnte dafür die urbane Luftmobilität Urban Air Mobility sein, zusammen mit einem digitalisierten und effizienten Luftverkehrsmanagement-Konzept U-Space. Mögliche Verkehrskonzepte sind hierbei der unbemannte Transport von Kleingütern, Point-to-Point-Verbindungen mit Air-Taxis und der Airport Shuttle-Betrieb. Im Rahmen von U-Space befasst sich das europäische Projekt Corus XORM mit den dafür notwendigen Betriebsverfahren und Anforderungen. Hierbei stehen vor allem soziale Akzeptanz und Sicherheit an vorderster Stelle. Anhand von sechs Flugdemonstrationen ausgetragen in verschiedenen Teilen Europas werden dafür nicht nur erste konzeptionelle Vorschläge erarbeitet, sondern auch technische Lösungen getestet. Innerhalb des Deutschland-Use Cases fokussieren wir uns hierbei auf einen Airport Shuttle-Betrieb zwischen dem Frankfurter Flughafen, dem Terminal 2 und dem Frankfurter Messegelände im Zentrum der Stadt. Was ist die Hauptschluss? Der Hauptschluss ist die Hauptschluss zu integrieren Air-Taxis in eine existenten Air-Space. Wir können das zum Beispiel mit einer U-Space-Korridor, die effizienten arbeiten müssen, und gleichzeitig ohne irgendwelche Konflikten mit der Rückgränen. Was ist die Hauptschluss? Was ist die Hauptschluss? Konflikt-detektion, Resolution und Avoidance spielen eine wichtige Rolle in der U-Space. The Simulation Framework consists of several DLR tools. One of the prototypical services is an highly optimized algorithm that can handle the whole world air traffic while detecting and resolving conflicts in real time. The demonstration flights validate the develop framework in real time. The test facility offers ideal conditions in a safe environment to carry out urban air mobility tests. In unserem Szenario ist die Herausforderung ein entstehender Konflikt mit einem Rettungshubschrauber. Dabei wird der Bereich um ein Krankenhaus blockiert. Das heißt, andere Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, diesen zu umfliegen bzw. schnellstmöglich zu verlassen. Dafür müssen sie ihre Flugrouten automatisch, schnell und sicher während des Fluges anpassen können. Mit Hilfe der von uns entwickelten Systeme können sichere und konfliktfreie Routen automatisch bestimmt werden. Der weltleite Luftverkehr wird auch zukünftig für die Mobilität von Menschen und von Gütern eine große Rolle spielen. Wir haben gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in dem Projekt Chorus XURM nachgewiesen, dass eine sichere, effiziente, aber auch umweltgerechte Integration möglich ist und werden auch hier zukünftig Beiträge für die urbane Mobilität und die sichere Integration in den Luftverkehr leisten. von Freizeitern... ... von Freizeitern... ... ...